Okay, hört zu Jungs, ihr macht das noch nicht so lange. Wenn da irgendwas ist, was ihr braucht, dann müsst ihr erstmal für euch selbst klären, was das genau ist. Dann müsst ihr euch an jemanden wenden, der es hat. Zum Beispiel einen Barkeeper oder jemand vom Haus. Ja, so war das 1970, Bernd. Nett, dass du an meine große Zeit erinnerst, aber... Ich würde sagen, eine wirklich glorreiche Zeit waren die 30er Jahre. Auf den schwarzen Schwingen der Nacht.